Ich zeige dir jetzt gleich, wie die geführten Meditationen sich vorher angehört haben und danach zeige ich dir gleich, wie sich die ganzen Frequenzen mit MDR-Technologie anhören. Und das ist wie gesagt nur die allererste Version von MDR, noch eine der schwächsten ausgeprägten Versionen von dem, was noch geht, aber es ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Um das jetzt zu hören, brauchst du Kopfhörer, das heißt, hol dir Kopfhörer, die einen Muschel haben, also keine in ihr Kopfhörer, die du reinsteckst ins Ohr, sondern Kopfhörer, die du übers Ohr legst und dann wirst du jetzt gleich die Effekte hören. Willkommen in der Morning Meditation. Führe diese Meditation jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen durch. Du wirst damit jeden Tag mehr und mehr deine Frequenz erhöhen. Schließe jetzt deine Augen. Schließe jetzt eine Augen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Audiotest mit der neuen Drohtechnologie MDR Ich zähle jetzt von 1 bis 5 und dabei wirst du immer tiefer fallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 legislators und 2, 3, 4, 5, 6, 8 devil Musik 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 Musik